Hier bieten wir Ihnen ein Gruppenhaus für bis zu 60 Personen in der Vulkaneifelnähe Junkerath. Durch die Haupteingang erreichen Sie das Essraum mit Platz für 60 Personen nebenan, ein gemütlicher Salon und eine kleine Bar. Hier befinden sich die Damen- und Herren-Toilette für das Essraum. Angrinzend am Essraum eine große Küche mit professionellen Einbaugeräten für große Gruppen. Sie verfügen über Induktion-Kochfelder, große Ofen, professionelle Spülmaschine und so weiter, alles in rostfreier Stahl ausgestattet. Hier sind wir in eine barrierefreie Einliegerwohnung für zum Beispiel die Eigentümer oder Hausmeister. Eine separate Tagungsraum, ein herrliche Sauna und ein Entspannungsraum. Über das Treppenhaus erreichen Sie das Obergeschoss mit 24 Schlafzimmer. Die meisten Zimmer sind mit Bett und Toilette ausgestattet. Sieben Zimmer verfügen über ein Balkon. Es stehen Standard 29 Schlafzimmer bis zu 60 Personen zur Verfügung. Das sind die in der letzten Zeit, die in der letzten Zeit und dann in der nächsten Zeit. Der ist ein Chorfzimmer, einherrlicher Lindemar-Kochfelder, in der Kirchen Stahl, in der Kirchen Stahlstuhl-Stahl von Mobslein. Das ist ein Chorfzimmer, einherrlicher Zwischen Stahl esta Weise zuerstellen. Im Keller befinden sich zwei Kühlräume, die Ölzentralheizung und ein Waschraum. In und ums Ferienhaus gibt es die Möglichkeit für Tennis, Fußball, Basketball, Volleyball, Tischtennis, Tischfußball und Schwimmen im Behalster Pool. Gleich am Haupteingang stehen Sie auf die private Terrasse mit wunderbarer Aussicht über die schöne Eifel und ein kleiner See. Einige Daten vom Haus, die Grundstücksfläche ist ca. 7779 Quadratmeter, die Wohnfläche ca. 1630 Quadratmeter. Die Heizungsanlage ist eine Ölzentralbaujahr 1997, das Warmwasser geht über die Heizung, überall sind doppelt verglaste Holzfenster. Fernsehen geht über Satellite, ISDN und ADSL sind vorhanden. Fernsehen. 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 Fernsehen.